In dieser Folge machen wir für Sie den E-Roller-Test und zeigen Möglichkeiten, besser mit den kleinen Stadtflitzern umzugehen. Ein weiteres Thema betrifft die Lademöglichkeiten eines E-Autos. Wir sprechen mit einem Hersteller für Wallboxen. Diese kann man sich nämlich völlig unproblematisch in die Garage bauen. Update Sonntag um 18 Uhr auf Anixe HD Serie.